Man sollte hier noch die Möglichkeit bekommen, wieder so Zelte aufzustellen für Survivor. Das waren nur Schatteneffekte, okay. Für Survivor, dass man da praktisch seine eigene kleine Safe Zone erschafft. Wenn man nämlich länger unterwegs ist, ist das schon ziemlich übel, da so viel Nahrung auf dem Weg zu finden, dass dies auch zur nächsten Safe Zone reicht. Jetzt mal hier runter gehen. Ich habe das Gefühl, die haben auch ein bisschen was daran gemacht, also wie lange eine Nahrung hält, wie lange auch das zu trinken. Man sieht, jetzt bin ich schon wieder im hellroten Bereich da. Beim zu essen. Ging ziemlich schnell und ich bin nur einmal wirklich gerannt. so, jetzt müsste ich eigentlich schnurstracks darauf laufen. Und ich habe mich auch gemacht, übrigens, wo ich in meinen Videos war, dass da jemand hingegangen ist, haut da ein Zunmi nach dem anderen um und kriegt da wirklich eine Dollar-Note nach der anderen. Und ich habe jetzt Ewigkeit nicht mehr wirklich was gefunden hier. Kommt schon ein bisschen Neid auf, wenn ich ehrlich bin. Boah, hat mich die Musik gerade erschrocken, ey. Alter Hauding. Die ganze Zeit war es gut und dann noch mal BIM. Fuck you, ey. Fuck you, sage ich dazu nur. Das erste, was ich gleich hoffe, was wir da finden werden, ist, was zu futtern. Jetzt mal einen kleinen Sprint einlegen. Ist da Häuser, oder sind das? Ne, das ist ein kleiner Sandweg, wie es aussieht. Da hinten sind auf jeden Fall Ruinen-Gegenstände. Meine ich zumindest. Wir haben trotzdem hier abseits, da hinten. Ne, das ist ein kleiner Felsvorsprung. Da sollten sie auf jeden Fall bald mal das Wild an irgendwie einführen. Sprich, dass man hier in der Wildnis nicht ein Kaninchen fängt, ein Hühnchen, ein Reh, was auch immer. Und man sich das als Nahrung herstellen kann. Nur weil das jetzt ein ewig langer Weg gewesen hier ist. Mal gerade anders hinsetzen, so. Können wir aber langsam mal Sichtkontakt bekommen. Für die Lorietre-Farm, oder wie die da heißt. Oh. Die Anspendung ist schon was höher. Das ist auch hier jetzt gleich auftauchen. Opa. Opa. Also praktisch jetzt hinter diesem Hügel hier. Waren wir ein bisschen aufgeregt gerade. Wie Sie sehen, sehen Sie immer noch nichts. Da. Zombies sind da unten vorhanden. Das ist wahrscheinlich auch die Farm. Genau da hinten ist der Flughafen. Werde ich mal versuchen, hier zu dieser Farm vorzudringen. So, jetzt nehmen wir mal die Machete in die Hand. Wir wechseln hier die Ego. Auch mit dieser Machete müssen wir auf den Kopf zielen. Dann hoffe ich, dass wir hier auf jeden Fall was zu essen finden. Dann komm her. Sehr gut. Oh, es sind einige. Da kommt er schon. Sehr gut. 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 Schöne langschleichen. Boah, ist hier echt nichts drin, ne? Alter, hau den. Da liegt was. Na komm her. Genau. Sehr gut. Wo ist die nächste? Nichts. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Hier war gerade irgendwas. Water. Sehr gut. Was ist denn Mindsense? Was zu essen. Sehr gut. Spawnt nichts. Also nichts an Kohle oder was weiß ich nicht was. Oh, die haben ja gut reingehauen. Aber keiner lässt was fallen. Das ärgert mich. Oh, die haben ja gut reingehauen. Ich werde draufgehen, ich werde draufgehen, ich werde draufgehen, ich werde draufgehen, sag ich doch. Es sei denn, ich finde jetzt irgendwie Bandages oder sowas hier. Nur keiner Soda, scheiße. Boah, das ärgert mich jetzt. Ich werde das verrecken. Und wie ich verrecken werde. Es sei denn, ich finde in diesem Haus noch schnell irgendwie Bandages. Na komm. Bitte, 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 lass mich irgendwie Penkel, lass uns sowas finden. Was ist das? Kern of Tuna, nein. Ist ein Old Me, nein. Hör doch auf. Keine Bandages, bitte. Kann doch echt nicht wahr sein jetzt. Vier. 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 Liegt ja echt nichts rum, ey. Was hast du sonst in dieser beschissenen Ecke was liegen und jetzt? Bitte, 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 bitte. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein jetzt gerade. Das mach ich jetzt auf jeden Fall geil. Ah. Ah. Ach, da ist auch noch ein Holzhaus, gut. Und da drüben auf der drüben auf der anderen Seite auch. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr rennen. Bitte, 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 bitte. Oh, Leute, das kann doch eigentlich nicht sein, ey. Hup. 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 Bake of Chips, das ist hier mit Bake of Chips, ey. Hup. 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 Bändetjes oder antibiotiques. Juice. Tschüss, tschüss, tschüss. Haben den Schuhs will ich nicht. Jetzt Glück haben wir hier nicht was im Bagger. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. No water. Und water kann ich nicht gebrauchen. Oh man eh. Dann lege ich hier eine Blutspur. Ich kann kotzen, ey. Das ärgert mich gerade vor der Kamera. Wie gesagt, sonst findest du überall was. Und jetzt... Liegen wir hier auf dem Präsentierteller so ungefähr. Klar könnte es sein, dass irgendwo ein Zombie was droppt. Gut. Ich aber ganz ehrlich nicht dran glaube. Jetzt hat schon eine Extremwitterung aufgenommen hier. Irgendwo noch nichts gedroppt. Ich habe nichts gespawnt. Da kommt ein Lieberherr Geselle. Habe ich auch gefunden. So. Dann ist aber noch nichts gespawnt, wie es aussieht. Gut. Er hat mich gerade ziemlich. Auch nichts. Ja komm, der Polizist. Auch nichts gedroppt. Komm du mal her. Auch nichts gedroppt. Was vielleicht im Auto liegt, müssen wir gucken. Nein. Auch nichts gedroppt. Und. Okay. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.